Heyo Leute, CryMix hier, was geht euch, Paul Berger, ich hoffe natürlich für euch geht's allen gut, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute, meine Stimme ist gerade noch etwas broke, ich hoffe, das hört man nicht zu stark, Leute, aber ich hoffe, ihr habt richtig Bock auf das Video, lasst mal ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, Leute, wir checken mal, was heute so abgeht, wir haben hier unseren schönen Lambo, Leute, den hab ich eben hier gerade nochmal ausgeliehen, bis der Bentley so richtig da ist, Leute, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz rein, denn, meine Freunde, heute hat Paul Berger wieder Schule, ich werd ihn jetzt als allererstes mal in die Schule schicken, so wie sich das als richtig guter, großer Bruder gehört, und dann schauen wir, was heute so abgeht, meine Freunde, außerdem gibt es bei meinem Sponsor Just Legends jetzt einen brandneuen Geschmack, Leute, ihr wisst ja, Just Legends, mein Sponsor, hier auch übrigens mit meinem eigenen Shaker, Leute, mit dem iCryMix Shaker, den es im iCryMix Paul Berger Bundle gibt, ich gönne mir übrigens hier auch gerade den Performance Milkshake, Schokoladengeschmack, weil ich hab gerade was gegessen, Leute, ich gönne mir das voll oft gerne als Nachtisch, aber erstmal für alle, die vielleicht von Just Legends noch nichts gehört haben, Just Legends ist keine typische Booster, hier mal, wo es einfach nur Koffein und sowas gibt, Leute, Just Legends ist wirklich richtig, richtig nice, Und zwar ist es eine Smart Gaming Nutrition Brand, das bedeutet, es geht rund um das Thema Gaming und Ernährung, es gibt zum Beispiel Energy Bites, es gibt auch Sleep Booster und natürlich aber auch die Performance Booster, Leute, ich gönne mir zum Beispiel auch voll gerne einfach mal vor dem Einschlafen so ein Sleep and Recovery Shake mit Melatonin drin, da kann man richtig gut schlafen nach so einem langen Tag vorm Computer, oder wenn ich zum Sport gehe, dann gönne ich mir natürlich meinen Lieblingsgeschmack Wassermelion, den es auch im iCryMix Paul Berger Bundle gibt, Aber Leute, kommen wir jetzt mal zu der neuen Geschmacksrichtung, zu Black Assassin, und zwar schmeckt das Ganze nach Brombeere, es ist ehrlich gesagt nicht komplett neu der Geschmack, denn es ist auch der gleiche Geschmack, der bei dem Venom Let It Be Carnage Geschmack war, jedoch ist dieser Geschmack jetzt immer da, nicht nur bei diesem limitierten Venom Bundle, was leider nicht mehr da ist, aber dafür ist ja jetzt der Black Assassin Geschmack da, und zwar ist das auch Brombeere, wie aus diesem Venom Pack, also für die Leute, die das schon mal getrunken haben, die werden das schon kennen. Wie immer bei Just Legends ist deutlich weniger Koffein in den Boostern drin, was ich auch sehr nice finde, weil es einfach besser für den Körper ist, und viel, viel weniger Zucker als bei anderen Marken. Im Vergleich 0,3 Gramm Zucker pro Portion, und auch nur die Hälfte an Koffein. Es sind natürlich Inhaltsstoffe, und alles ist zu 100% vegan, und ihr könnt euch einfach 50 Portionen pro Tab gönnen, Leute. Es gibt natürlich auch verschiedene Bundles, Leute, was ich auch wie gesagt sehr nice finde, ist dieses Sleep and Recovery, kann ich sehr empfehlen, gönnt euch einfach mal den Geschmack, wenn ihr probieren wollt, Leute. Hier das neue Black Assassin Brombeere-Geschmack, schön noch ein Sleep and Recovery dazu, damit man abends gut schlafen kann. Das alles schon für 64,99, und Leute, nicht vergessen, der Code iCrimix funktioniert natürlich auch wie immer für extra nochmal 15% obendrauf. Leute, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen, meiner Meinung nach Just Legends, und das sage ich jetzt nicht nur, weil es mein Sponsor ist, rein von den Produkten, von der Qualität, von allem her, meiner Meinung nach, das Beste, was man sich in diesem Bereich gönnen kann. Leute, überzeugt euch selbst, Link in der Videobeschreibung, und dann würde ich sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. Paul Berger, ab in die Schule, Sachen packen, los, dein Bus kommt gleich. Warum? Ich kann heute nicht zur Schule. Natürlich kannst du zur Schule, du bist acht Jahre alt, du musst in die Schule. Nein, ich habe heute ein paar Kunden, wichtige Kunden, da musst du ein bisschen tunen, da musst du noch das machen, alles zu viel für mich. Ich kann heute nicht einfach, weißt du? Also heute gehe ich nicht. Business und so, weißt du? Ist mir egal, du musst in die Schule, du bist erst acht Jahre alt, du hast jetzt kein wichtiges Business. Also erstens, ich bin neun. Dann bist du halt neun mittlerweile, okay. Zweitens, Business, Money is better than Schule. Ja, das stimme ich dir zu, man muss schon sein Geld verdienen, da hast du ja recht. Aber trotzdem, du weißt doch, was passiert. Dann ruft mich wieder dein Direktor an, der Direktor ruft dann wieder die Polizei an, dann kommt wieder die Polizei hierher, und ich verliere wieder das Sorgerecht und muss mit Touren wieder vor Gericht stehen. Ich sag dir ehrlich, ich bin in der Situation, ich stehe jetzt an dem Punkt im Leben, wo ich keine Schule mehr brauche. Ich bin jetzt ein selbstständiger Mann. Hey Leute, er denkt, er ist richtig, er denkt, er ist jetzt richtig krass, nur weil er sein Auto aus hat. Paul Berger, das war doch so als Ferien-Ding, so als Ferien-Shop gedacht. Ich weiß, du bist eifersüchtig, ich weiß, du bist eifersüchtig, weil ich einfach bei mir läuft, okay. Guck mal, dein Schmalspur-Lampe und guck mal, mein Auto. Das ist ein Mazda. Ja, Mazda Supercar Edition 4. Das kostet 10 Mal so viel wie dein Wagen. Warum flexst du, das ist voll der weird Flex, du flexst gerade deinen großen Bruder mit einem Auto an, dass es angeblich 10 Mal so teuer ist. Das ist voll weird, Mann. Ja, aber ich muss dir damit sagen, dass ich keine Zeit habe für die Schule. Wenn ich mir kaufe, ich die Schule. Alter. Ich muss auch jetzt los, ja, ich muss noch ein paar Autos tun. Ja, komm, dann hau halt ab, du krasser Typ. Hey Leute, Paul Berger ist voll, Paul Berger ist voll abgehoben geworden. Hä? Er hat mich voll angeflext und meinte so, ich habe einen Schmalspur-Lamborghini. Er meinte so, irgendwie, dass er viel krasser ist, als ich, dass bei ihm besser läuft. Hey, ich freue mich ja für meinen kleinen Bruder, aber warum muss er denn mich so anflexten? Man flext doch nicht seine Familienmitglieder an. Was ist denn los mit dem? Ich glaube, der hat ein bisschen Höhenflüge bekommen. Wisst ihr was, Leute? Wir fahren jetzt mal zu dem Autos von Paul Berger. Ich will den mal, ich meine, ist ja gut. Ich freue mich ja wirklich, dass es gut läuft. Jeder wirklich so. Ich gönne jedem seinen Hack, Leute. Jeder soll sein Brot verdienen, alles cool so. Ich mag ja, ich liebe ja meinen kleinen Bruder. Aber der muss ja mich jetzt hier nicht so anmachen, deswegen. Ja, wir müssen das klären. Ich muss das wie ein großer Bruder jetzt hier regeln. Wisst ihr was? Ich werde mal davor kurz Touren anrufen. Von Touren kann ich mir immer ganz gut Erziehungstipps geben lassen. So, wir nehmen mal kurz ihr Handy raus. So. Yo, Touren, was geht ab? Hallo? Ey, Touren, Alter, ich brauche mal deine Hilfe. Hast du in letzter Zeit mal mit Paul Berger gesprochen? Äh, nee, das ist, das Eskalieren immer zu schnell. Ja, okay. Auf jeden Fall, der hat irgendwie voll die Höhenflüge bekommen wegen seinem Outdoors, was wir ihm gekauft haben. Und er macht jetzt irgendwie so, als wäre er hier die krasseste Nummer und lässt sich hier gar nichts mehr von mir sagen und flext mich an und sagt, sein Auto ist zehnmal mehr wert und so. Der hat dich angeflext? Ja, richtig cringe, Alter. Man flext sich seinen großen Puder an. Ja, ich war zu nett zu dem, ne? Ja, ich muss mal ein bisschen, ja, hast du recht. Hast du recht. Ja, und vor allem, wir haben ihm ja sogar sein Auto ausgekauft und uns hätte der das nicht mal. Der ist voll unlangbar. Äh, okay, okay, Thuan. Das ist der Paul Berger! Okay, danke, Thuan, für die Tipps. Kein Problem. Tschüss. Äh, 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 Leute, okay, ich will jetzt nicht unbedingt die Seele von meinem kleinen Bruder zerstören, aber so wird es Thuan auf jeden Fall machen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder bei Paul Berger. So, meine Freunde, hier ist ja das Outdoors von meinem kleinen Bruder. Er hat ja hier ein übelst krasses Outdoors von Thuan und von mir geschenkt, bekommen hier direkt am Strand, Leute, richtig das fette Teil. Und dann ist er so undankbar hier, ja? Wir müssen den jetzt hier mal zur Rede stellen. Wie Thuan sagt, mit eiserner Faust muss man hier manchmal einfach mal auf den Tisch hauen. So. Ey, Paul Berger, wo bist du? Paul Berger! Ey, Paul Berger, was geht? Ja, Box, was geht ab, Alter? Äh. Ich bin hier gerade am Tuning, hörst du das nicht? Ich schraube mir so. Nee, ey, kannst du mich mal angucken, wenn ich mit dir spreche? Oh, was denn? Bitte, der Junge. Ey, ich wollte dir nur sagen, so, das ist nicht korrekt, was du gerade abgezogen hast, ja? Ja, okay. Man kann, man beleidigt doch nicht seinen großen Bruder als Schmalspur. Du weißt, dass es in unserer Familie die heftigste Beleidigung ist, die es gibt? Ja, ich weiß, aber du weißt einfach, ich habe keine Lust auf Schule, deswegen muss ich hier arbeiten. Ja, aber ey, das geht so nicht. Wie gesagt, die Polizei, du musst, die Polizei kommt, weil du noch nicht volljährig bist. Egal, ich gebe dir einen Polizeilaburgi, dann soll die gehen. Alter, er ist richtig abgehoben, ne? Ich verstehe dich einfach. Paul Berger, ey, ich verstehe, okay, du hast jetzt hier dein erstes Geld verdient, du denkst jetzt, du bist krass, du denkst, dir gehört die Welt, aber krieg jetzt hier mal keine Höhenflüge, ja? Ja, aber hör dazu, ich gehe zur Schule, dann habe ich kein Geld. Ich gehe nicht zur Schule, dann habe ich kein Geld. Es geht aber auch nicht nur ums Geld im Leben. Ja, du hast recht, aber ich muss jetzt ein paar Fotos machen für die Auslandschaft, weißt du? Du denkst, du bist jetzt hier der krasseste Tuner, hä? Ich bin der krasseste Tuner. Okay, weißt du was, Paul Berger? Was hältst du davon? Leute, ich habe eine Idee, passt mal auf. Wir machen ein Tuning-Duell gegeneinander, du bist doch hier so krass. Ja, dann wirst du doch bestimmt auch mich im Tuning-Duell besiegen. Und wenn du gewinnst, dann darfst du dein Autohaus hier einfach so weitermachen und ich kümmere mich nicht darum, ob du in die Schule gehst. Aber wenn ich gewinne, dann gehst du zumindest montags bis freitags in die Schule und am Wochenende arbeitest du nur hier. Hm, ja, aber warte mal. Wenn ich gewinne, das ist ja so das, was ich jetzt schon machen will, weißt du? Ich würde sagen, du legst noch was drauf. Ne, ich lege nichts drauf. Ich kann auch einfach jetzt die Polizei anrufen. Oh, Max. Ja? Du sagst dann in der Videoaufnahme, dass Paul Becker Performance besser war als ein Kramix Performance. Das habe ich nie gesagt. Ja, das wirst du dann sagen. Ja, okay, okay, dann sage ich das in einem Video. Okay. Okay, gut, dann würde ich sagen, dann, äh, welche Autos sollen wir Tuning-Battle machen? Ich würde sagen, mit drei Autos. Einmal Sportwagen, SUV und einmal normales Auto. Ja, hast du was? Ja, dann guck, weißt du was, geh mal in dein Fahrzeuglager und hol mal die Autos her. Ja, okay, warte. Okay, okay. Ey, Leute. Er denkt, er denkt, er ist jetzt krass, weil er zwei, drei Autos mal getunt hat. Aber Leute, ihr wisst doch, ich hatte auch mal eine Tuning-Werkstatt. I Cry Max OG. Wir werden dem Kleinen jetzt mal kurz hier zeigen, wer hier der Boss-Tuner ist. Und dann geht der auch wieder in die Schule. So machen wir das, Leute. So, meine Freunde, wir gucken jetzt mal, was Paul Berger her... Aha, okay, okay. Ja, ich habe mich mal gefahren. Guck, der, wer hat sich noch rumsteht? G-Klasse, Bugazzi, Nambo, Benkel. Gut, gut, gut. Gut, okay, Paul Berger, dann würde ich sagen, wir werden immer drei verschiedene Tuning-Battles machen. Einmal Kategorie SUV, Kategorie Sportwagen und Coupés-Kategorie. So, dann ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, wir werden abwechselnd aussuchen, weil du der Jüngere bist. Und verlieren wir es, würde ich sagen, fang du an bei den SUVs. Welches Auto willst du tunen? Boah, ich sagte ehrlich, ich nehme den BMW. Okay, er nimmt den BMW, Leute, dann ist für mich die G-Klasse. So, hier als nächstes werde ich den Lamborghini nehmen. Dann nehme ich den S-Log hier hinten. Okay, das heißt dann für mich der Bentley. Gut, Paul Berger, dann würde ich sagen, lass deine Angestellten die Autos liefern zu meiner Tuning-Bergstatt. Und dann würde ich sagen, lass uns das Tuning-Battle beginnen und wir treffen uns dann wieder hier. Wohin? Zu meiner Tuning-Bergstatt. Ach nee, warte Leute, ich hab die ja gar nicht mehr. Äh, äh, warte ganz kurz, ich muss kurz telefonieren. Ey Leute, wir rufen mal kurz Amir an, ob ich seine Tuning-Bergstatt nehmen darf. Äh, Amir? Jo, Max, was geht's? Bro, darf ich heute mal deine Tuning-Bergstatt benutzen für den Tag? Ich muss Paul Berger eine Lektion erteilen. Ah, gegen Paul Berger? Ja, ja, genau. Egal, geh rein, direkt, du kannst den haben umsonst. Okay, super, danke, bis gleich. Kein Problem, tschüss, mach ihn fertig. Okay, nice. Leute, wir dürfen die Tuning-Bergstatt von Amir mitbenutzen. Dann würde ich sagen, wir beginnen jetzt das Tuning-Battle. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier in der Tuning-Werkstatt von Amir. Auf jeden Fall Ehre, dass wir die mitbenutzen dürfen. Hier wurde auch schon die G-Klasse geliefert. Wir gucken jetzt mal, ob auch schon die anderen Autos, also der Bentley und der Lambo, geliefert wurden. Und perfekt, Leute, hier draußen stehen die. Wir fahren jetzt hier erstmal rein und dann werden wir jetzt hier das Tuning starten, meine Freunde. So, wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall, ey, ich muss Paul Berger. Wir müssen auf jeden Fall gegen Paul Berger gewinnen, Leute. Das ist hier kein Spaß. Wir müssen unserem kleinen Bruder eine Lektion erteilen. Der ist hier zu frech, Leute. Ja, so nicht. In unserer Familie sagt man nicht einfach so Schmalspur. Das geht nicht, Leute. So, zack. Dann hier noch einmal den Bentley reinfahren. Und jetzt machen wir hier den Schnelldurchlauf, Leute. Wir machen jetzt hier ganz, ganz knackig werde ich jetzt hier die Autos tunen. Das wird für mich keine Aufgabe sein. Ihr wisst doch, Leute, ich bin einfach der Kombinationsboss. Sowohl in Fortnite mit Skins als auch hier in GTA 5, was Tuning angeht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der G-Klasse an, Leute. So, meine Freunde, wir sind im Tuning-Menü angekommen. Komm, wir fangen erst mal mit der Farbe an, meine Freunde. Wir brauchen hier erst mal was Cooles. Das Ding ist jetzt, machen wir die G-Klasse vielleicht so ein bisschen knalliger. Oh, da machen wir die so richtig irgendwie was Besonderes, Leute. Weil ich finde so diese knalligen Farben passen meiner Meinung nach nicht auf eine G-Klasse. Ich bin dafür, wir machen hier ein bisschen was Besonderes, Leute. So, ich irgendwie mal so was anderes, Leute. Ein bisschen eine andere Farbe mal. So, zack, wir gehen hier einmal durch. Oh, das ist ja auch krass hier in diesem Tiffany. Oh, dieses Tiffany-Blau. Oui, okay. Oh, oder wir gehen so voll Offroad. Oh mein Gott. Wir werden so ein bisschen diese Offroad-Action aktivieren. Passt auf jeden Fall zu einer G-Klasse. Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Ich feiere das hier irgendwie, diese Sandfarbe, ne? Hat irgendwie was. Wir gucken nochmal bei den Mattfarben durch. Könnte halt auch richtig gut sein. So eine Mattfarbe auf einer G-Klasse. Vertraut mir, Leute. Vertraut mir einfach. Oh, hier dieses Desert Tan. Oh, finde ich richtig gut. Oder das hier sogar. Dark Earth. Ja, okay, wir nehmen das hier, Leute. Sekundärfarbe. Was ändert sich denn bei der Sekundärfarbe? Gar nichts. Vielleicht das Interieur. Kann das sein? Okay, wissen wir gerade noch nicht, was sich bei dem Interieur verändert. Aber ich finde, das sieht cool aus mit den orangenen Bremssetteln hier auf jeden Fall. Sieht gut aus. Perleffekt brauchen wir nicht. Können wir extra die Reifenfarbe hier ändern? Das wäre... Ne, geht leider nicht. Vielleicht nochmal hier Reifen, Felgenfarbe. Ne, geht leider auch nicht. Bei der G-Klasse hat man leider gar nicht so arg viele Tuning-Möglichkeiten. So, Leute. Ich habe jetzt hier gerade nochmal die Auspuffanlage verändert, Leute. Jetzt hat er einen richtig saftigen Sound auch noch. Das ist auch nochmal wichtig. Aber ansonsten, Leute. Wie gesagt, wir können hier gar nicht so viel verändern hier leider mehr bei dem Fahrzeug. Das heißt, ich würde sagen, wir machen einfach mal direkt weiter mit dem Nächsten. Aber seid mal ehrlich. Ich finde die Farbe cool für eine G-Klasse, oder? Was meint ihr? Ich finde, das flext hier schon. Und vor allem gönnt euch mal den Sound, Leute. Das knallt schon. Das knallt schon. Wie gesagt, viel mehr können wir hier leider gar nicht machen. Aber ich finde, das sieht wie so ein Panzermilitärfahrzeug aus. Mir gefällt das auf jeden Fall. Jetzt kommen wir aber zu dem Lambo, Leute. Und hier habe ich schon eine richtig gute Tuning-Idee. Und zwar, meine Freunde, den Lambo, den werde ich in so einem kompletten Grün-Schwarz machen. Der wird richtig böse aussehen. Vertraut mir, Leute. Der wird euch gefallen. So, meine Freunde. Jetzt kommen wir mal hier zum Tuning. Und zwar, wir machen jetzt erstmal... Ich habe das schon genau vor meinem inneren Auge, wie ich den tunen möchte. Und zwar machen wir jetzt hier erstmal matt-Schwarz drauf, Leute. Der wird auch matt, Leute. So. Dann, Leute, Sekundärfarbe. Machen wir auch nochmal matt. Aber, pass auf. Pass auf, Leute. Jetzt gut festhalten. Und zwar jetzt so ein fettes Knall... Oh, genau, Leute. So ein fettes, knalliges, böses Grün. Hier auch die Farbe auf den Reifen hat sich schon geändert. Alter, das sieht richtig geil aus. Das sieht richtig krank aus. Jetzt schon, Leute. Aber es wird noch besser. So, dann die Felgenfarbe, Leute. Jetzt bin ich hier im Überlegen, ob wir hier auch nochmal so ein krasses Grün draufhauen sollen. Oder ob das dann zu viel wird. Lass uns mal schauen. Boah, wobei... Das sieht irgendwie schon krank aus, das Ding, ne? Das sieht irgendwie schon komplett krank aus. Hier das Slime Cream. Oh, mein Gott, Leute. Ich würde sagen, wir machen das, oder? Boah, so. Wir lassen hier diese Carbon-Elemente dran. So, die Fenster tun wir. Ein bisschen Schwarztöne, aber nicht zu dunkel, Leute, würde ich sagen. Boah. Und, Leute, wir hauen hier natürlich noch einen Spoiler drauf. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute. Aber ich finde das Ding richtig nice. Also, mir gefällt das Auto sehr gut. Ich hoffe, euch auch. Und ich würde sagen, hier machen wir... Erlauben wir uns noch einen kleinen Witz mit dem Kennzeichen. Und zwar machen wir hier ein Kennzeichen. Und zwar Noob-Berger. So, oh. Oh, das geht nicht. Äh, Paul-Noob. Paul-Noob. Hahaha. Statt Paul-Berger, Paul-Noob jetzt hier. Das wird ein I. Also, der sieht richtig krank aus. Okay, jetzt kommen wir zu dem Bentley, Leute. Ich hoffe, hier finden wir auch nochmal eine richtig coole Farbkombination. Wir müssen jetzt hier richtig einen raushauen, Leute. Das Ding ist, ich sehe hier schon, wir können den hier in B-Color machen. Also, das bedeutet hier die Motorhaube eine andere Farbe als das andere. Das können wir vielleicht was Cooles draus machen. Wir gucken uns den Wagen jetzt hier mal an. So, wir machen jetzt hier erstmal Auto-Upgrade. Da wird der direkt mal ein bisschen tiefer gelegt, Scheiben getönt und so. Okay, okay. Weil ich sagen muss, ich finde die Standard-Bentley-Felgen besser. Das würde ich nochmal rückgängig machen. So, machen wir hier die serienmäßigen Bentley-Felgen drauf. Aber tiefer gelegt ist trotzdem cool. So, dann hier auch nochmal eine schöne Farbkombination raushauen. Wir müssen ja gucken, hier innen drin hat der ja so ein orangenes Interieur. Vielleicht können wir das ja irgendwie cool kombinieren. Das ist jetzt die Frage, was machen wir hier? Vielleicht, also, macht man jetzt hier was Knalliges, so ein bisschen die Gegenteilfarbe. So, lila ist ja das Gegenteil von orange. Könnte krass sein, könnte krass sein. Oder wir gehen den so, oder, oh, ich habe eine gute Idee, Leute. Wir machen den mal so ein bisschen auf edel. Wir werden den so ein bisschen auf edel machen, Leute. Erstmal mache ich jetzt hier Trick 17. Und zwar werde ich hier erstmal eine Stahlfarbe auswählen. Das kennt Paul Berger bestimmt nicht, weil er ist nicht so ein OG-Tuner wie ich. Und dann, Leute, werden wir auf die Stahlfarbe eine Metallicfarbe drauf machen. Das ist hier nämlich der komplette Trick 17. Ich suche hier gerade so ein schönes hellblau. Vielleicht hier sowas. Ein bisschen heller könnte es aber sein, eigentlich. Ah, so in die Richtung sieht es schon ganz gut aus. Boah, und dann so als Sekundärfarbe weiß. Aber, oh, ich weiß nicht, Leute. Irgendwie gefällt mir das hier gerade doch nicht mehr so gut wie gedacht. Ah, der Wagen, der flext mir gerade noch zu wenig. Ne, wir müssen mehr auf die Kacke gehen, Leute. Das sieht noch nicht krass genug aus. Hm, lasst mich mal noch was überlegen. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier fertig mit dem Tuning. Ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen was komplett Neues bei dem Bentley gemacht. Es ist ein bisschen gewagter. Aber ich glaube, mit der Interieurfarbe hier könnte das schon krass sein, weil ich das hier auch nochmal in den Felgen mit aufgenommen habe. Ich bin mal gespannt, wie die anderen Jungs das finden werden. Schreibt es mir immer in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Leute, wir lassen die Autos wieder zum Autohaus von Paul Berger liefern. Und da kommen wir dann zum Tuning-Battle. Ich bin gespannt, was Paul Berger gemacht hat. Okay, meine Freunde, ich bin jetzt richtig gespannt, was Paul Berger gemacht hat. Wir haben unsere Autos jetzt hier schon geparkt. Ich würde sagen, das Tuning-Duell beginnt jetzt. So, kleiner Bruder, bist du bereit? Ja, ich bin schon bereit. Aber was ist das denn für eine Schmalspur-Kahn? Ja, du findest Schmalspur. Ach, perfekt, da ist Amir. Genau dafür habe ich nämlich einen unabhängigen Richter geholt. Und zwar Amir. Er wird hier die Autos bewerten und jeweils Punkte in den Runden vergeben. Er wird dann entscheiden... Was für unabhängig ist, ist bestimmt auf deiner Seite. Nein, er ist Realtalk unabhängig. Oh, Berger, mein Freund, alles fit? Ja, wo hast du denn deine Autos getuht, ha? Bei Amir. Ja, siehst du? Trotzdem ist er unabhängig. Egal, komm, wir fangen an mit SUV. Zeig mir mal dein SUV. So, Leute, wir haben die G-Klasse hier so Offroad-mäßig getunt. Ich hoffe, das wird Amir überzeugen. So. Okay. Oh. Hä, der hat sich doch gar nicht verändert gefühlt. Okay. Ja, gut. Leute, finde ich jetzt nicht so. Aber gut. Ja, okay, Paul Berger. Du hast hier den BMW X6. Okay, ja. Präsentier mal bitte dem Auto, Paul Berger, erzähl, ja? Also, hier ist mein Kamm. Bam. Alles schön mit blauen Akzenten. Motor gefärbt ist gefärbt. Untergrundbeleuchtung blue. Hab den Blenk ausgetauscht blau gemacht. Hier alles schön. Alles blau-schwarz. Okay, ich verstehe. Tiefig. Alles drin. Fettes Sound. Fette Fußabdritte. Äh, Fußabdritte. Ich hab extra Fußabdritte abgebaut. Ja. Okay, an Sound hat er auch gedacht. Okay. Oh. Mhm. 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 So, ja. Ich kann natürlich hier auch meine ganzen Türen aufmachen. Ich hab ne Offroad-G-Klasse gemacht. Hier in so ner Tarnfarben. So auf Militär mäßig angelehnt. Ja. Weißes Interieur. So, oder was heißt weiß? Auch so beige mäßig hier. Passend zum Wagen. Ja, ja. Mhm. Mhm. Skige Päck. Äh, Lichter auf dem Dach. Halt sehr so Offroad-mäßig. Jetzt, äh, Reifen an. So, wir machen uns kurz mal hier so. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, der Spächt. So. Hey, Leute. Machst du auch mal einen Soundcheck? Ja, wir machen einen Soundcheck, Leute. Ich muss aber ehrlich sagen, ich denke, dass die erste Runde am Polar gehen wird, weil bei der G-Klasse kommt man auch sehr wenig Tune nur. Mhm. Ach, das ist ja gar nicht, Mann. Ja, ist okay. Ah, ja. Mhm. Okay, ich würde sagen, Jungs, wollt ihr jetzt meine Entscheidung hören oder erst am Ende? Mach jetzt Runde pro Runde. Mhm, mhm, mhm. Also, ich würde sagen, Max, deine Idee ist gar nicht mehr so schlecht Offroad. Ja, das sieht man leider nicht mehr oft genug hier, gerade in der Stadt hier. Die bierische Farbe hast du durchgezogen. Ja, overall gefällt es mir ganz gut. Aber kommen wir zu Paul Berger. Ich dachte mir schon mal. Schindig-Lila, an Akzente gedacht, ja, Unterbodenbeleuchtung, Motor, 1A, Sahne, der Sound. Da muss ich ehrlich sagen, der Punkt geht an Paul Berger in dieser Runde. Ja, hab ich doch gesagt, Alter. Ist okay. Ja, ist okay für mich. Ist okay. Komm, hol deinen Sportwagen. Wir machen mit dem nächsten Auto weiter. Ey, Leute, ganz ehrlich, ich hab mir schon gedacht, dass es mit der G-Klasse so ausgeht. Alles gut. Kein Problem. Die G-Klasse, ihr habt's gesehen, wir hatten wenig Tuning-Möglichkeiten. Deswegen, ein Tod muss man sterben. Kein Problem für mich. Aber jetzt. Jetzt der Lambo, Leute. So, Paul Berger, dann hol mal dein zweites Fahrzeug. Ach, da hinten ist er ja schon. Ja, bin ich schon. Guck dir mal das an. Was ist das denn hier? Ein Panda oder was? Nee, aua. Oh, Minuspunkt automatisch. Alter, was für Minuspunkt? Du bist partei geworden. Ey, er hat's einfach nur schwarz-weiß gemacht. Wie langweilig ist das denn? Äh, das ist ein... Dank Martina. Okay, ja gut. Das Paul Berger Hundemarkt, das war mir schon klar. Paul, guck dir das mal an hier. Guck mal hier, Leute. Na ja, gut, na gut. Oh, Max. Oh, Lambo. Alles hier auf grün-schwarz angelehnt. Oh, lass ich mal kurz einsteigen. Oh, sehr komfortabel, die Sitze. Aha. Jetzt machen wir uns hier rüber. Ganze Soundcheck. Soundcheck auch gut. Ja. Ich sag dir ehrlich, das ist ein bisschen so aus Hulk, ne? Genau, außerdem habe ich hier noch ein kleines Easter Egg eingebaut. Und zwar Paul Noob statt Paul Berger. Paul Berger, du bist Noob. Also, komm, Amir, was sagst du? Entscheidung. Also, ich muss sagen, der Bugatti ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Auto. Ja, wirklich eins meiner Lieblingsautos. Aha. Der Lambo ist sehr schön auf Hulk-Basis, aber Paul Berger, ich sag dir ehrlich, das ist ein Tuning-Duell, ja? Und deinem Tuning hast du wirklich verkackt, Alter. Das war richtig scheiße. Deswegen geht der Punkt am Max. Was für richtig scheiße. Eins zu eins, Paul Berger. Komm, finale Runde. Hol dein Coupé, Leute. Paul Berger hat hier diesen Aston Martin. Ich habe hier den Bentley, Leute. Ich habe alles hier auf diesem Orange-Lila angelehnt. Und ich hoffe, Amir wird das feiern, so den Stil, so mit diesem Gegenteilfarben-mäßig ein bisschen auffälliger. Wir parken den Wagen jetzt hier einfach mal so hin. Zack, Leute, ready. So, dann kommen wir zur letzten Runde. Oh, oh, Paul Berger hier auf pink angelehnt. Pink, Lachsfarben, ich zerstöre doch. Nee, das ist kein Lachsfarben, das ist eindeutig pink. Ultraviolett hast du gemacht? Ich habe Ultraviolett-Orange, guck mal. Das ist meine Lieblingsfarbe. Schau mal auf die Felgen. Oh mein Gott, die Felgen. Guck mal, Felgen und Interieur mit Orange. Oh mein Gott, du hast den Königskrall des Tunings verstanden. Verstanden, Alter. Paul Berger. Wo sind denn deine Farbkombinationen? Einfach nur pink hier. Ja, pink, das ist schön. Dann habe ich meine Kennzeichen diesmal auch speziell gemacht. Ich habe die extra, ich bin nach Frankfurt gefahren, habe die dann angemeldet, damit ich sagen kann, dass ich was aufgenommen habe. Weißt du, dass das Kennzeichen auch passt? Zu deiner Situation, weil den Punkt gebe ich auch an dein Crymex. Ja, für Zeichen, Alter, ich habe gar keine Ahnung von Tuning, Mann. Paul Berger. Das Tuning-Battle hat ein Crymex gewonnen. Ja, Leute, schreibt in die Kommentare, welche Autos haben euch besser gefallen. Und Paul Berger, du weißt, was das bedeutet. Das heißt, ab morgen gehst du wieder in die Schule. Du hast fair verloren. Das war Schiebung, das war Schiebung. Nee, du hast verloren. Morgen wieder in die Schule. Die Kommentare sind scheiße, ob ich zur Schule muss oder nicht. Ja, Leute, schreibt immer in die Kommentare. Aber dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein für heute. Lasst mal ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut da rein, Leute, euer Crymex. Das war Schiebung. trau D지고. Vielen Dank.